morgen zusammen heute wird es verrückt ich darf den ganzen tag fotografieren ich stehe jetzt hier zum sonnenaufgang an einem kleinen weiher um hier das allererste bild aufzunehmen dieser weiher hat ein steg und der weiher ist nicht zugefroren das letzte mal war das aber heute sind optimale bedingungen das ist der erste spot dann geht es weiter zum wasserfall und vielleicht vielleicht ganz am ende gibt es ein schönes schlossbild bleibt dabei da der kleine weiher nicht mehr zugefroren ist bietet sich das jetzt natürlich an diese schönen spiegelungen mit aufzunehmen ihr seht da oben die rötliche färbung des himmels jetzt brauche ich auch gar keinen filter ich baue die kamera sehr weit oben jetzt einfach auf das mache ich deswegen wenn ich von unten fotografieren würde würde sich der steg kaum von der wasseroberfläche abheben weil er einfach zu tief ist deswegen fotografiere ich von oben kamera steht horizontal schön in der waage und jetzt spiele ich einfach an der belichtungszeit und an meiner blende die iso bleibt gleich auf 100 und ja werde das bild jetzt mal auf einer achterblende machen die stegspitze werde ich dabei jetzt auch anfokussieren und dabei gehe ich ganz kurz in diesen flexible sport legt mit dem joystick den fokus auf die stegspitze und das bild werde ich dann machen mit was weiß ich schon mal eine halbe sekunde belichtungszeit circa was hilft ist mir das histogram anzeigen zu lassen jetzt jedes fällt deutlich nach rechts ab das bedeutet es ist noch zu unterbelichtet aber viel länger will ich auch nicht belichten weil sonst brennt mir der himmel da hinten aus da oben geht die sonne auf aber jetzt bei einer halben sekunde blende 8 ist das jetzt hier ohne filter eigentlich eine ganz gute wahl so mache ich jetzt das bild so jetzt gibt es hier details die mir auffallen zum beispiel sehe ich dass der mond mit auf 14 millimeter fotografiere ich sehe jetzt dass der mond hier oben noch im display erscheint das gefällt mir nicht ich kann jetzt das bild entweder beschneiden oder ich gehe einfach mal zwei meter vor so jetzt habe ich den mond quasi nicht mehr im bild dadurch wirkte steht jetzt auch nicht mehr ganz so lang aber ist jetzt eigentlich wurscht ich muss jetzt noch mal gucken dass die kamera in der waage steht dass der steg mittig da steht sonst bleibt alles gleich fertig gut erster sport abgehakt vielleicht warte ich sogar noch fünf minuten vielleicht ändert sich noch irgendwas an den wolken aber es ist ein sehr schöner sport und bin dankbar dafür den jetzt noch mal besuchen gerade mal fünf minuten später habe ich jetzt hier wind auf dem see also jetzt versuche ich mal mit filter zu arbeiten dass ich ein bisschen länger belichten kann der himmel schaut dafür schöner aus aber der wind macht mal die spiegelung extremst kaputt würde es einfach aus neugier mal gucken ob ich mit dem filter irgendwas rausholen kann ob das funktioniert und dabei muss jetzt natürlich die belichtung hochfahren auf mindestens 15 20 sekunden abhängig auf welcher davon abhängig auf welcher blende man fotografiert aber man sieht es aber schon mit freiem auge der wind zerstört mir die spiegelung dieser schönen bäume echt schade aber macht das bild trotzdem habt ihr wunderschöne rote färbung drin weil jetzt muss ja die 15 sekunden einfach mal abwarten enden sind auch gerade aufgewacht aber wahnsinn wie schnell sowas geht es war gerade windstill aber mit der sonne kommt der wind anscheinend so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt geht's weiter. Musik Schätzung, eine halbe Stunde werden wir hoch brauchen, je nachdem wie viel Schnee da oben noch liegt. Der erste Wasserfall ist vom Parkplatz echt nur fünf Minuten maximal weg. Man überquert verschiedene ganz kleine Brücken über diesen Bach. Ja, und jetzt ist der Wasserfall hinter mir. Ich glaube, es kommt noch ein zweiter Wasserfall. Aber bei dem Wasserfall würde ich jetzt auch so machen, dass ich dieses Becken, in dem das Wasser reinfällt, das auf jeden Fall auch mit ins Bild einbinde. Ansonsten wird es ein schwieriges Foto, weil da einfach super viele Äste liegen und das Bild wird sehr unaufgeräumt sein. Habe ich so das Gefühl. Ich versuche jetzt mal mit vor, einen Wasserfall zu nehmen, wenn ich das Foto mache. Und hoffe, dass man mich versteht, weil der doch relativ laut ist. Mal schauen, wie wir es machen können. Wie ihr seht, ist es hier sehr, sehr unaufgeräumt. Tue ich mir tatsächlich echt schwer, hier ein Bild zu machen. Der Vordergrund wäre top, wenn diese ganzen Äste nicht da wären, aber es sind einfach zu viele. Und richtig tief kann ich auch nicht rein, weil ich habe keine Wadthosen an, sondern nur die Gummistiefel. Schwierig. Ich habe mir den Wasserfall jetzt mal genauer angeschaut. Und es ist so, wenn man von hier geradeaus drauf fotografiert oder fotografieren würde, dann kommt der Wasserfall nicht so richtig mächtig. Wenn man aber um den Wasserfall rum rumläuft, also das heißt, sich rechts daneben stellt und den Wasserfall von der Seite fotografiert, sieht man die ganze Breite dieses Wasserfalls. Und da kommt der viel, viel imposanter. Also gar nicht zu vergleichen mit der Perspektive. So, und jetzt brauche ich kein 14 Millimeter mehr, sondern eher meinen 16, 35. Und mein Plan ist jetzt auch eine 3 oder 4 Sekunden Belichtungszeit anzufertigen, weil alles über 4 Sekunden, denke ich mal, das zu sehr verschwimmen wird, weil ich sehr, sehr nah am Wasser bin. Und deswegen kommt jetzt hier mein schwächster ND-Filter rein, den 64-fachen Kamera kommt auf Stativ und dann kann es losgehen. So, hier überlege ich mir Folgendes. Ich möchte diesen großen Stein hier mit einbinden als Vordergrundmotiv, weil sonst finde ich hier nichts Wirkliches. Schau mal, wie weit komme ich denn ran auf 16 Millimeter. Das wird spannend. So könnte das was werden und fokussieren würde ich dann auf die Mitte des Wasserfalls. Ja, könnte was werden. Da will ich dir jetzt mal 5 Sekunden mal schauen. Bin mir noch nicht ganz sicher mit dem Loch da oben, wie ich es mache, ob ich es mit einbinde oder einfach sein lasse. Ja, also hier bei dem zweiten Wasserfall macht es auf jeden Fall Sinn, ein Vordergrundmotiv mit einzubauen. Weil da steht nämlich ein ganz kleiner Stein links aus dem Wasser raus und auch rechts gibt es einen langgezogenen kleinen Stein, der in Richtung Wasserfall zielt. Und das werde ich jetzt mal im Hochformat erstmal versuchen, auch mit Stativ, sonst werde ich verwackeln. Das ist jetzt der Stein, den ich meinte, der schaut gerade mal 10 Zentimeter aus dem Wasser raus. Aber vielleicht reicht es ja schon, dass ich hier was hinkriege. So, den Stein habe ich in die linke Ecke platziert. Beleichte jetzt ein Viertel auf einer 11er Blende mal. Boom. Stimmiges Bild. Das ist eine schöne Bildaufteilung. Ein Bild, damit kann ich leben. Jetzt gehen wir mal zum zweiten Stein oder Fels. Ja, wie man sehen kann, den müsste ich jetzt hier wirklich in die rechte Ecke, also aus der rechten Ecke zulaufen lassen, in Richtung Bildmitte. Weil sonst wäre es einfach zu langweilig, wenn ich jetzt nur diesen Wasserfall da drauf hätte. Auf einer 13er Blende, ein Viertel Belichtungszeit, weil hier ist es einfach dunkel. Ich kann hier auch nicht mehr rausholen. Schöner wäre es natürlich, wenn die Sonne hier irgendwie reinspitzelt, aber es wird hier und heute nicht passieren. Gut. Wir sind jetzt weitergefahren zum Plansee in Tirol, Österreich. Aber der komplette See ist noch zugeschneit. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Ich hätte auch jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwas machen können. Aber wir haben Mittagszeit. Ja, und Schnee liegt auf der Eisfläche. Ich hätte niemals gedacht, dass der echt so zugefroren ist. Soll ich hier mal gleich parken? Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass hier kein Wind ist, dass wir ein schönes Spiegelbild machen können. Funktioniert aber nicht. Dennoch habe ich hier einen Fotospot entdeckt. Und zwar, wenn man jetzt sein Auto gut in Szene setzen will, ist es hier vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, sein Auto hier zu fotografieren. Wenn man es noch ein bisschen anders parkt, könnte es im Morgen nicht ein sehr, sehr gutes Bild werden. So, wir fahren jetzt trotzdem weiter nach Füssen zu unserem Hauptspot. Ich war schon mal hier am Morgen und habe versucht, dieses wunderschöne Schloss zu fotografieren. Aber ich war mit dem Bild nicht ganz happy. Ich stand nämlich da oben neben der Marienbrücke und habe diesen typischen Shot auf das Schloss gehabt. Das war zwar schön, dass unter dem Schloss Nebel zu sehen war. War gut, aber es war jetzt nichts Besonderes. Wir hatten heute vor, mal ein ganz besonderes Bild vom Schloss Neuschwanstein zu machen. Und sind da unten in der Pöllertschlucht an diesem Berg da ewig entlang geklettert. Gelaufen, geklettert, zweimal abgeschmiert. Dann haben wir auch Kletterseile gefunden. Haben es aber nicht geschafft, diese steile Wand mit Fotorucksack hochzuklettern. Dann haben wir da abgebrochen. Sind hier jetzt nochmal einen ganz anderen Berg irgendwie hochgelaufen durch den Schnee. Das ist eher so ein Wanderweg gewesen. Jetzt sind wir natürlich viel zu weit weg von dem Schloss Neuschwanstein. Also das war jetzt schon der zweite Versuch, ein wirklich gutes Bild von dem Schloss zu machen. Hat nicht hingehauen. Bin mal auf den dritten Versuch gespannt. Nach mehreren Anläufen hat es endlich geklappt. Ich war hier an diesem Spot und habe das Foto machen können. Jeder Fotograf, der öfter eine Location gesucht hat, kann vielleicht dieses Gefühl nachvollziehen, was gerade so in mir abgeht. Also reine Glücksgefühle. Auch wenn der Himmel nicht so perfekt heute ist und die Wetterbedingungen aber. Ich bin einfach happy. Bye bye, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.